Hallo Fußballfreund und herzlich willkommen zu Top oder Flop, deiner Bundesliga-Werte am 21. Spieltag. Und wir gucken auf die Partie zwischen dem SC Freiburg und der TSG 1899 Hoffenheim. Und Freiburg konnte dieses Spiel durchaus überraschenderweise mit 1 zu 0 gewinnen, denn die Vorzeichen waren eigentlich relativ klar. Hoffenheim, also sehr, sehr gut in Form, Freiburg hingegen eigentlich überhaupt nicht. Aber Freiburg konnte dieses Spiel gewinnen, springt damit auf Platz 8. Hoffenheim bleibt vorerst auf Platz 7. Bevor wir ganz kurz zum Spielverlauf kommen, natürlich nochmal ganz kurz Hinweis, Videos und Highlights gibt es hier natürlich nicht zu sehen, das darf ich auch hier gar nicht zeigen. Aber dafür für dich der schöne Service, damit du auch weißt, ob dieser Freiburger Sieg verdient ist oder vielleicht auch nicht. Aber ganz kurz zum Spielverlauf. Es war eine gute Partie, Hoffenheim war sehr offensiv, hatte wirklich viele Chancen. Aber in Führung gingen heute nur die Freiburger und zwar nach 14 Minuten durch einen Strafstoß von Luca Waldschmidt. Es war durchaus ein Strafstoßgeschenk zuvor von Stefan Posch, der dieses Foul oder den Elfmeter sozusagen verschuldet hat. Waldschmidt hat eiskalt verwandelt und brachte Freiburg damit in Führung. Zweite Hälfte ging auch wieder an Hoffenheim, die waren einfach offensiv wirklich gut. Trafen zweimal den Pfosten, haben aber eben kein Tor gemacht und damit haben sie dieses Spiel mit 0 zu 1 verloren. Nur natürlich die Frage nach Top oder Flop und vielleicht hat es schon ein bisschen rausgehört. Das Ergebnis ist eher glücklich und damit eher auch ein Flop. Hoffenheim war das bessere Team, sie hatten wirklich gute Chancen. Ja, der Elfmeter war wirklich ein Geschenk von Stefan Posch. Und da muss man einfach sagen, ein Remis wäre Minimum für die Hoffenheimer verdient gewesen. So aber gehen die Freiburger als Sieger vom Platz durchaus überraschend. Eher glücklich, aber Freiburger hatte drei Punkte, damit wieder zurück im Rennen und um die europäischen Plätze. Und Hoffenheim, ja, nach dem Pokal aus, mit der zweiten Pleite somit in Folge. Deine Meinung zum Spiel, kannst du gerne die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, ciao, bis zum nächsten Mal.